Ja, ein Free Win. Danke sehr. Die, die ihn runter, die ihn low gemacht haben. Danke an die, die ihn low gemacht haben. Ja. Und bitte abonnieren. Bitte. Es ist wichtig. Ja. Mh, gut. Wer würde sich diesen Brawl Pass holen? Ich bin mir da fast zu 100% sicher, dass ich da einfach gerade Spike rausgenommen habe, ohne was ich wollte. Wer mag Spike als Brawler? Wer mag das? Also als Gegner jetzt. Brawler, ja. Finde ich ihn okay. Das ist halt bloß manchmal ziemlich nervig. Das ist halt bloß. Das ist so nervig. Das ist nervig. Max ist okay. Okay. Nein, das hättest du nicht machen sollen. Trotzdem hatte ich Spaß. Also, ich finde es ganz cool. Ich finde es wirklich ganz cool. Also, naja, so wie, ähm... Ich glaube, er heißt Legendball. Der haut sich jetzt auch... Der ist schon bei 60k. Der haut sich jetzt hier auch noch... Äh, 100.000 Push raus. Der haut sich den jetzt auch noch ein. Ähm, ja. Ich habe keine Lust jetzt von Larry und Laurie genommen zu werden. Deswegen halt ich mich jetzt raus. Hört mich jetzt raus. Ja, und das meinte ich. Ey, ohio, ich hasse es. Mo an sich stark. Boah, hier jetzt ein bisschen so. Fünf oder fünf. Das wird... Das wird toll. Erstens, das Matchmaking dauert lange. Auf jeden Fall nicht auf dieser Höhe. Aber, habt ihr Mordes auf Rund 27? Spielt... Äh, fünf? Wo ist es fünf? Ja. Kann es ja mal passieren, dass man mal 10 Minuten, 20 Minuten wartet. Also, mir ist es mir passiert... Also, mir persönlich passiert das die ganze Zeit. Zehn Minuten, elf Minuten. Einmal hatte ich sogar eine recht schnelle Runde. Was mich tatsächlich verwundert hat. Weil, das hat mich richtig verwundert, dass ich dann auf einmal... Ich hatte mal nach... Zwei Sekunden hatte ich mal nur... Ähm... Hier. Ey, passt auf, da ist noch die... 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 Die Set. Heute noch ein bisschen Tempo. Ja. Die ist... Die ist... Jo. In Nahkampf hat man keine Chance. Man muss im Team rausnehmen. Ja. Ja, so, so, so. Bloß halt alles treffen. Ja, und das ist nice. Vielleicht meine ich Auto-Aimen. Und nicht Teamen. Danke. Kuckuck macht er denn. Ja, let's go. Er hat gewonnen, finde ich gut. Finde ich gut, dass er gewonnen hat. Ja, und ich kann hier rüber jetzt ein bisschen... ... in meine Ult-Ess liegen. Ja. Hier ist aber eine Lücke. Für die guten Player. Hier ist eine Lücke. Leute, da ist eine Lücke. Ähm, ja. Also, dieser Player... ... den ich Leon genannt habe. Ja, der ist schon ganz gut. Und der ist... Das ist ein Auto-Aimen. Hier, dieser Dury. Da kann man nicht wegen drauf gehen. Guck mal, hier eins gegen eins. Guck mal, hier eins. Das ist ein Auto-Aimen. Ja, easy one. Easy win. Trotzdem finde ich Solo ist schon besser. Ja, das ist mein Club. Ich habe keinen Bock, eigentlich mega schön zu spielen. Was eigentlich schon ziemlich wichtig wäre. Ja. Und? Erstmal muss ich mir das Maß für hier ranholen. Tausend ist schon das Maß. Oh, und den Bass kann ich rausnehmen. Der ist in der Falle. Ja, das fällt sich... Ja, das ist richtig. Okay, gut. Ich wusste jetzt nicht, dass ich denn so was in dem Moment bin. Hier ist ein Tara im Game. Also hier ist wirklich eine Tara. Ohne Tara ist im Game. Ohne Tara ist eine Tara. Ich wusste es. Ja, okay, gut. Ich habe wenigstens den vierten Platz. Dafür kriege ich Mastery. Mir fehlen zwei. Mir fehlen zwei. Zwei fehlen mir. Zwei. Ey, das ist so dumm. Mir fehlen zwei. Zwei fehlen mir. Zwei. Ich brauche nur zwei. Von diesen Mastery-Points. Und dieses Matchmaking dauert so lange. Ich habe nur bis vor meinem Viertel Zeit. Und es ist 38. Ja, okay, gut. Bisschen Campen. Ich gehe nicht offensiv. Ich gehe defensiv. Oh ja, das gefällt mir. Der eine ist wert zu sein. Wollte ich gar nicht, aber egal. Ich wollte eigentlich noch mal in den Hut fahren. Ja, das ändert sich ab jetzt. Jetzt gibt es. Jo. Das Video kann nicht mehr veröffentlicht werden, oder doch? Ja, wenn es jetzt schnell noch vierter Platz wird. Ich bin Fünfter geworden. Und das gibt es nicht. Ich kriege keine Mastery. Ich kriege keine Mastery. Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Ich habe schon sehr viel gepusht. Aber dann bis morgen. Ciao.